Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Ausflug in die heimische Fauna. Heute geht es um eine Tiergruppe, die in vielerlei Hinsicht einzigartig ist. Allein schon wegen ihrer beeindruckenden Flugeigenschaften fallen Libellen auf. Mit zwei Flügelpaaren, die separat angesteuert werden können, sind sie sehr wendig in der Luft und können sogar auf der Stelle schweben. In diesem Video erfahrt ihr, was die Libellen so spannend macht und ihr lernt nebenbei noch zwei heimische Arten genauer kennen. Viel Spaß! Bei uns in Deutschland gibt es etwa 80 verschiedene Libellenarten, also rund zehnmal so viele wie hier abgebildet sind. Gerade als Anfänger kann man da schnell mal durcheinander kommen. Aus diesem Grund fangen wir mal ganz von vorne an. Alle heimischen Libellen lassen sich zwei großen Gruppen zuorten. Diese sind sehr einfach zu unterscheiden. Zum einen gibt es die Kleinlibellen mit einem zierlichen Körperbau. Die Augen liegen bei diesen Arten meistens weit auseinander und die Flügel werden in Ruheposition auf dem Rücken zusammengelegt. Die Großlibellen sehen ganz anders aus. Sie besitzen einen kräftigen Körperbau, Augen, die sich meistens berühren und Flügel, die immer gespreizt sind. Hier seht ihr die beiden Grundtypen noch einmal im direkten Vergleich. Wenn man von Libellen spricht, meint man meistens die fliegenden Tiere, die man vor allem im Sommerhalbjahr beobachten kann. Tatsächlich spielt sich aber der größte Teil des Libellenlebens unter Wasser ab. Bis zu fünf Jahre leben Libellen als aquatische Larve auf dem Grund ihres Heimatgewässers, ohne das Wasser je zu verlassen. Schon in diesem jungen Stadium ernähren sich die Fleischfresser ausschließlich von anderen Tieren. Von Zeit zu Zeit häuten sich die Larven und wachsen immer weiter heran. Irgendwann ist es dann soweit und sie können das Wasser verlassen. In der alten Larvenhaut steckt bereits eine fertig entwickelte Libelle, die sich nun befreit und eine sogenannte Exuvie zurücklässt. Die frisch geschlüpfte Libelle lässt sich noch eine Weile an der Sonne trocknen und macht daraufhin ihren ersten Flug. In der darauffolgenden Zeit erfolgt in der Regel die Paarung der Libellen, die im Tierreich einzigartig ist. Die Partner bilden hierbei ein sogenanntes Paarungsrad. Das Männchen hat das Weibchen mit seinen spezialisierten Hinterleibsanhängen im Nacken gepackt, während das Weibchen seinen Hinterleib für die Befruchtung nach vorne zum Partner krümmt. Den letzten Schritt im Lebenszyklus bildet die Eiablage. Diese große Königslibelle legt mit Sorgfalt ihre Eier auf einer umgeknickten Binse ab und wird dabei kritisch von einem Gelbrandkäfer beäugt. Nun wollen wir uns ganz konkret zwei der häufigsten Libellenarten anschauen, denen ihr überall in Deutschland begegnen könnt. Wir beginnen mit einem Vertreter der Großlibellen, und zwar dem Vierfleck. Den Vierfleck kann man in der Regel zwischen Mai und August beobachten. Er kommt an zahlreichen Gewässertypen vor, besonders gerne an vegetationsreichen Weihern. Ihr könnt die Libelle zum Beispiel anhand ihres Hinterleibs erkennen. Dieser ist relativ breit und läuft am Ende spitz zusammen. Im hinteren Bereich ist er dunkel gefärbt und hat außen gelbe Striche. Der Name Vierfleck leitet sich von den dunklen Flecken ab, von denen die Art jeweils einen außen und in der Mitte des Flügels besitzt. Also vier pro Flügelpaar. Als zweites möchte ich euch die große Pechlibelle vorstellen, die trotz ihres Namens zu den Kleinlibellen gehört. Während meinen Ausflügen für dieses Video konnte ich sie an fast jedem Gewässer beobachten. Auch diese beiden Männchen hier. Eine Besonderheit der großen Pechlibelle ist, dass sie je nach Alter und Geschlecht eine sehr variable Färbung aufweisen kann. Hier sieht man beispielsweise ein junges Weibchen, das im Brustbereich rötlich gefärbt ist. Trotzdem kann man die große Pechlibelle relativ sicher bestimmen. Sie hat nämlich ein typisches helles Segment am Hinterleib, welches nicht ganz bis zum hinteren Ende des Körpers reicht. In der Seitenansicht der Libelle sieht man, dass sich diese hellere Färbung auch auf die benachbarten Hinterleibsegmente erstreckt. Diese Pechlibelle ist einer Schilfradspinne ins Netz gegangen. In den klebrigen Fäden hat die Libelle keine Chance, sich ihrem Fressfeind zu widersetzen. Nach kurzer Zeit ist das Insekt komplett eingesponnen und die Spinne kann zur Mahlzeit übergehen. Nachdem sie damit fertig ist, muss sie sich erstmal erleichtern. Wir sind nun fast am Ende des Videos angekommen. Wenn ihr selbst mal Libellen bestimmen wollt, dann kann ich euch die Website libellen.tv sehr empfehlen. Ihr findet dort ausführliche Beschreibungen zu den heimischen Arten und tolle Fotos, von denen ich einige in diesem Video benutzen durfte. Ich sage dann erstmal vielen Dank fürs Zugucken und bis bald!